Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Mein Name ist Taladir, schönen guten Tag. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Ihr habt dann gefeiert. Schreibt es mir mal in die Comments. Bei uns war es recht ruhig. Wir hatten halt das Kind und das Kind musste schlafen. Dementsprechend haben wir halt nicht allzu viel gemacht. Wir haben halt rumgesessen und gegen Abend haben wir dann ein News-Konzert geschaut. Also war echt schick, war echt schick. Wie gesagt, nichts Großartiges, nichts Großartiges. Ähm, ja, was hat... Oh, falsch. Ähm, was habt ihr denn für Vorsätze fürs neue Jahr? Gibt es da irgendwas Schickes? Irgendwie so mehr Sport machen und mehr Super sein. Und, äh, so ein Kram. Wie gesagt, lasst uns einfach mal darüber quatschen. Jetzt hat der Penner hier schon... ...Alarm ausgelöst. Ah, ich bin ja total vergessen. Ich spiele ja die Mirage. Das vergesse ich immer wieder. So, gleich macht's bumm. Ne, doch nicht. Ja, ja, wie gesagt, ich hoffe, was ich jetzt eigentlich schon die letzten Tage eigentlich hier immer sage, dass wir demnächst mal wieder in einen ordentlichen Aufnahmerhythmus kommen. Und nicht irgendwie so auf die Schnelle irgendwie am Tag hier so ein Video zu machen und das dann irgendwie hochzuladen und gut ist. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir... ...oder, dass ich demnächst mal wieder Zeit habe... ...joa... ...ein bisschen mehr aufzunehmen. Denn halt irgendwie... ...tätlich ein Video aufnehmen und rendern und so weiter ist halt so ein bisschen... ...meh. Petz, 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 petz. ...wird nicht ganz so... ...schön. Und da so ein bisschen Vorprogrammzeit, beziehungsweise ein bisschen... ...Vorprogrammzeit, was zum Teufel rede ich hier eigentlich gerade? Egal, keine Ahnung. So ein bisschen was auf Halde zu haben, ist schon... ...echt interessant. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade rede, warum ist es interessant? Es ist hilfreich, meine Güte. Ja, die Nacht war auch ein bisschen... ...katastrophal. Kind meinte erst, gegen... ...halb drei einschlafen zu müssen und... ...pfff, ne? Dann hat er bei uns im Bett geschlafen und... ...ja, es war halt so ein bisschen... ...ab easy, ärgerlich. Aber... ...naja, naja. Ich kann es ja auch verstehen. Das war jetzt sein erstes, großes Silvester. Also das, was er wirklich mitbekommen hat und... ...ja, ja, ja. Ist halt alles verständlich, dass es da in seinem kleinen Kopf alles ein bisschen... ...brutaler ist, als es eigentlich ist und... ...pff, naja, naja. Rot-Krawler-Krebs. So. Ja. Ja, pff, was sind eigentlich meine Vorsätze für das... ...neue Jahr... ...so bezüglich des... ...Channels auf jeden Fall... ...ähm... ...weiterhin regelmäßig und ordentlichen... ...Content für euch zu bringen. ...das mögt ihr jetzt auslegen, wie ihr wollt. Ähm... ...bin so eigentlich ganz zufrieden mit meiner Qualität. Es könnte alles noch ein bisschen besser sein, aber... ...ja, die ganzen Sachen sind halt alle so echt teuer, wenn man sich halt so ein Sound-Interface holt und so weiter und so fort. Und, ähm, naja, mal gucken, wann ich das alles so hinbekomme. Und ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, muss ich da runter... ...ja. Ein Rattata, hallo! Ja, und hoffentlich auch, äh... ...dieses Jahr die... ...ähm... ...200... ...oder, ne, generell erstmal die 100 Abos zu knacken. Das wär... ...echt super toll. Und noch genialer wär's, wenn ihr dabei helfen würdet. Halt ein bisschen Content teilen und so weiter. Und ein bisschen Werbung machen, ne? Ist er ja. So, da oben schießt ein Rattata. Den lassen wir erstmal da oben. Da oben Rattatan. Und... ...boik. Tja, daneben. Ah. Oh, wird das jetzt nicht so... ...uh, wir kennen ja mal die Fures. Fures? Tyres heißt die, nicht Fures. Piu. Flatsch. Oh, jetzt müssen wir noch ein bisschen... ...ja, aber auf jeden Fall... ...mehr mit euch machen. Wär echt super, dass wir zusammen zocken. Ob jetzt hier Warframe oder... ...irgend ein anderes Spiel, ist mir eigentlich komplett egal. Also, lange ich's halt hab. So, und irgendwo da hinten... ...muss noch einer sein. Den haben wir übersehen. Ach ne, haben wir gar nicht. Poink. Ja. Aber es ist kaputt. Raus hier. Ist da irgendwas? Ne, ist nisch geploppt. Also, gehen wir hier raus. Das Ding machen wir noch auf. Vielleicht finden wir noch eine... ...O-Zelle. Nein, natürlich nicht. Schade. Schade, oder? Ja, meine O-Zelle. Wow, voll gut. Hat sich richtig schön gelohnt. Ich freu mich über die Dinge echt tierisch. Und ich hab das falsche Siegel drauf. Für mein Syndikat. Verdammt. Egal. Egal. Macht nischt. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall wünsche ich euch... ...ein wundervolles Jahr 2015. Dass ihr gesund seid. Spaß habt. Und mir vielleicht sogar treu bleibt. Das wär noch besser. Und ja, mit den Worten verabschiede ich mich. Wünsche euch alles Gute. Einen wundervollen Tag. Ihr seid die Besten. Ich bin der Taler. Und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü